Fakim Park und Stinn eigentlich ausgetan wurde es ist nicht mehr nach Raffinerie kann man schon nicht leisten das ist so ein bisschen mehr Form gehen und vor allem irgendwann jemanden finden wieso kann ich den Scheiß Petro Chemiker jetzt nicht öffnen ist doch zum Kotzen und versucht Anni du versuchst dass man lieber nicht dass er nicht dass er eine Aufnahme abkommt wollen wir eine Paartherapie machen nein und jetzt Oker Schrautler Edel hast Siegel Lehm gefunden meint ich mhm ich will einen erläutigen Stand machen ha das Klaus wieso geht das denn nicht also mit dem Petro Chemiker müssen wir erstmal warten weil er sich nicht öffnen lässt vermute ich mal aus den Wut an Anfällenausbrüchen raus Nein Nein Nein, Maun Nein Okay, das ist jetzt Epic was Achtung guck zack 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 z ist nicht nur uran gemacht oder immer halt ich auch haben man kann es dann machen ich habe sogar zwei saffier ich muss nur 6-jabend wasser fehl wollte schon ganz dort schreien ich hab's dann gelassen jetzt kann ich endlich mal weiter bauen ich versuche jetzt noch einmal den scheiß petrochemiker zu öffnen eigentlich ging das war ja vorher das war ja einer den ich kann natürlich sein dass es jetzt mit irgendeinem anderen zusammenstößt welcher danach noch Plakins draufgeteilt ja das kann sein geht nicht lass es uns ausprobieren ich bin erst mal in die kiste dann müssen wir halt ich guck mal wie viel Solar kostet du weißt dass das Unwengen kostet na wo es geht glaube ich ganz neu und für heute dass wir brauchen erst mal ein Mace Raider generell die an die wir können erst mal nur nen Generator bauen ja das würde locker reichen und ne MFU erst äh MFU Bad Box mal gucken wie die Bad Box ging die geht so leicht willst du die machen ja ich möchte den zu schon mal eine Böckste und Generator ich mache einfach die Bad Box so und Generator ja ähm also wir fangen mal ganz ruhig an wir haben Zeit wir brauchen erst das ist für 5 volles auch epic so ich jetzt bis jetzt am besten welche PX würde ich zu sein Ich habe noch nicht alle ausprobiert. Batterien brauchen wir. Das heißt, wir wollen mal gucken, wo hier am Ende Batterie steht. Hoch, hoch, hoch. Zinn einschmelzen, das musst du da auf jeden Fall schon machen. Wo ist gerade hier die Batterie? Ich sehe sie gerade nicht. Ach, wir brauchen hier... Rechts und links Zinn. Die untersten zwei Reihen. Redstone. Hast du Redstone? In der Küste. Das ist schon Redstone, wie epic. Genügend. Haben wir Zinn? Oder welches Zinn, was du gesagt hast? Äh, egal. Einfach das, was im Ofen einzuschmelzen, geht. Das geht auch wieder alles. Ich habe mir ganz viel Dürr. Nein, ich habe mir überhaupt nicht. Nein, ich habe einfach Dürr. Oh, es geht wirklich hier, Zinn. Es geht wirklich hier, Zinn. Ja, das ist schon. Alle Arten. Aber du kannst es nicht mischen. Das geht nicht. Okay, das reicht. Zack, 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 zack. Ups, zack, zack. Fail. Haben wir Gummi? Ja. Da. Und nehm dir dann mal dein Fleisch raus. Und du musst noch Kupfer einschmelzen. Ach du Scheiße. Ich baue uns mal so eine kleine Farm. Wo ich dann ganz viel Dingens brauche. Ja, das kann ja auch noch eine Weile dauern. So, Job, boll. Schade, dass wir Kindesklaims haben. Dann könntest du schon Pistons machen. Jo, alles klar. Das ist die Pistons. So, ich glaube, so ging das. Ja. Und zack, war das so. Hä? Achso, okay. Ich hab nix gesagt. Batterie. Okay, die Batterie haben wir jetzt auch. Dann, was brauchen wir jetzt noch? Clear. Bad. Oh, Bad. Box. Jetzt brauchen wir nochmal Chopper-Kabel und drei Batterien. Okay, also ein Chopper-Kabel. Brauchen wir noch Redstone auf jeden Fall. Haben wir ja noch genug. Okay. Dann haben wir nochmal mehr Zinn. Das Zinn reicht, ne? Mal gucken. Doch, reicht. Was, was erzählt... Was labere ich hier eigentlich? Ey, den Spruch, den hab ich schon mal gebracht. Was labere ich, du? Na und, ich clone von dir. Minecraft Let's Play Together Season 1 in den ersten paar Minuten. Wo schlauerst du? Ne, den nicht. Achso, was labere ich hier eigentlich? Achso. Achso. Okay, und Badbox ist da. Ich leg's mal in die Tür. Und jetzt wollen wir noch einen Generator. Ero-Gen-Ne-Rator. Wo haben wir denn? Eine Batterie, ein Maschinenblock oder ein Ofen. Okay, das kann ich euch alles aus dem Kopf zeigen. Hö, hö, hö. Und dann fähig. Ne. Ofen. Redstone. Kabel. Zinn. Noch mehr Redstone. Batterie. Ähm, Maschinenblock. Dazu brauchen wir... Eisen, oder? Reformed-Eisen. Ah, fähig. Ähm. Du gehst den Ofen anordnen und einfach zum ersten Maschinenblock. Ich weiß schon. Was solltest du mir jetzt nicht sagen? Ich wollte den Zuschauern beweisen, dass ich gut bin. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Ich bin schlecht. Mhm. Oh, komm schon. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Öfen. Wir brauchen besseren Öfen. Auf jeden Fall. Dann kannst du doch jetzt ein... Entweder machst du einen Iron-Fernance oder einen elektrischen, schon. Oder eine Induktion. Induktion kriegt man noch gar nicht hin, oder? Nee. Aber den habe ich damals gebaut an einem Abend. Du musst mal gucken, ob du die Items dann zusammen sammeln kannst. Ich glaube es kaum, aber... Naja, wer weiß. Kannst du mal gucken, wie... Nee, ich mach das selben. Ich baue hier erstmal in das Haus eine Tür ein. Ich habe hier oben mal ein bisschen geplättet, weil ich Erde bräuchte. Ist in Ordnung. Okay. 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 Nein, ah, Fehl. So. Okay, jetzt gucken wir mal, wie... War das Shopper... Und das ist Refined Iron. Also einmal durchgebraten, das nochmal durchgebratenes Eisen. So, und da haben wir dann den Maschinenblock, da werden wir auch noch unzählische von brauchen. Und dann noch die ganzen Schaltkreise... Du Scheiße. So, Batterie. Ofen. Generator. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Kabel. Kupferkabel. Und da brauchen wir dazu noch ein bisschen... Genau, davon. Wo solchen das... Ich mach erstmal hier so eine kleine Maschinenecke. Mhm. Ich mach die Bedbox mal lieber oberhörtisch, oder? Jo. Wär vielleicht besser. So, hier kommt der Stromgenerator hin. Dann kann man die Kabel hier hinlegen. Und so die Bedbox. Mal gucken, können wir hier... Jo. So, klappt. Je weit fließt, warst du sieben Blöcke, ne? Acht. Okay. Ich produzi erstmal ein bisschen Strom. Macht das. Ich kann ja nie wissen. Jo, das dauert. So, die Maschine kann ein bisschen vor sich schien dödeln, rödeln, dödeln, 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 dödeln. Kannst du mal gucken, ob du schon Chunklo oder Block bauen kannst? Die sind, glaube ich, nicht schwer. Nee, die waren auch nicht schwer. So, Chunk, 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 Chunklo. Sieht aus wie Lila-Wolle, aber es ist ein Chunklo. Oh, Eisenbahn und Lapis. Ich habe hier Lapis. Nein. Hab kriegst es immerhin vier Stück. Das ist schön. Ja, scharf, hochspannung. Schön, oder? Ja, ja, das gefällt dir. Das ist keine hochspannung. Das ist keine hochspannung, ich weiß. Das ist... Irgendeine andere Spannung. Low Voltage. Nö. Guck mal, wie viel so ein Electric ist. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt ein Electric bauen könnten mit der Spannung aus der Badbox. Oh, da machen wir doch. Electric Fournance. Das geht. Das kriegen wir hin. Und zwar brauchen wir da zuerst einen Iron Fournance. Den machen wir aus Refunded oder ganz normal? Refunded. Nein, ganz normal. Sonst hätten wir ja Maschinenblock. Ha. Stimmt. Okay. Was brauchen wir noch? Ähm, zwei Redstone. Die haben wir gerade noch so. Ne, echt mal, wir haben noch einen ganzen Stack. Dann brauchen wir noch einen Electric Circuit, also einen elektrischen Schaltkreis. Fail. Da. Und zwar bauen wir den... So. Da brauchen wir sechs Chopperkabel. Refunded Iron brauchen wir auf jeden Fall. Ein Chopperkabel, wo kriegen wir einen Chopperkabel? Sechs Stück haben wir. Ah, wir haben fünf, so ein Mist. Fuh, da brauchen wir ja sogar noch Gummi. Wir haben doch genug Bäume. Ja, ich gucke gleich erstmal. Aber es scheitert natürlich an einem Gummi. Nein, das ist nicht zweideutig. Das ist mein Leben zerstört, weil du kein Gummi hattest. Ähm... Das ist schon schlecht. Ich glaube, ich bin nicht schlecht. Mein Internet, nein. Okay, anscheinend haben wir gerade einen kleinen Server-Lag-Fehler, keine Ahnung. Wir warten jetzt einfach mal so. Jetzt haben wir die Verbindung zu Fluff.